Nasenwände sind ja schlau und mal gucken, ob er es schafft, mit wenig Bewegung 5 Objekte übereinander zu stapeln. Na, Dicke? Na komm. Elvis, Elvis, komm her, komm her, hier. Das sieht schon mal gut aus. Komm her, Kumpel, das sieht ja alle übereinander unter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, nein, vier, und da drüben weitermachen, dann kannst du ja nicht in den Haufen wechseln. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Objekte hat der dicke, fette Sack geschafft, mit nur einer winzig kleinen Bewegung. Gut gemacht. Tschüssi.